Wie kann man das Kreuzgassenviertel revitalisieren? Kreuzgass 18. Naja, da ist das Problem, dass die parkenden Autos den öffentlichen Raum der Straße einnehmen und das ganze Stadtbild eigentlich ausmachen. Und da würde ich einfach vorstellen, aus diesen Parkplatzzonen, die Zonen für kleine Kinder zu machen, Spielplätze zum Beispiel. Oder Abenteuer in die Länge gezogen, ne? Du wirst zum Beispiel. Es gibt da auch für Kinder dieses Ding, wo man sich so mit einer Liane hinschwingen kann zum Beispiel. Das bittet sich da an. Kann man machen. Wenn die Politik bereit dazu wäre.